Liebe Rudower, als Ihr Abgeordneter aus Rudow setze ich mich vehement für siedlungsverträgliche Grundwasserstände ein und fordere die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zum Handeln auf. Ich stehe hier vor einer Brunnenanlage im Glockenblumenweg hier in Rudow, die Grundwasser fördert. Wir haben in weiten Teilen von Rudow, wie allgemein bekannt, zu hohes Grundwasser. Kellerwände werden auf lange Sicht beschädigt und bei einigen Gebäuden ist das Grundwasser sogar in die Keller eingedrungen. Das ist eine teure Angelegenheit und belastet Eigentümer erheblich. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung kennt das Problem vieler Rudower bereits seit mehreren Jahren. Trotz vieler Anfragen und Aufforderungen von Seiten der Rudower sowie der Verbände und der Bürgerinitiative nimmt die Senatsverwaltung dieses wichtige Thema überhaupt nicht ernst. Das ist nicht hinnehmbar. Ich selbst habe als Abgeordneter die Sorgen der Rudower an die Verwaltung herangetragen. Ich selbst habe mehrere parlamentarische Anfragen gestellt und sogar am runden Tisch Grundwassermanagement die Sorgen der Rudower kommuniziert. Mit großen Anstrengungen haben wir es dann gemeinsam geschafft, dass eines der drei Berliner Pilotprojekte von der Senatsverwaltung hier auch in Rudow durchgeführt wird. Aber das kann eben nur ein erster Schritt sein. Seitdem passiert nichts und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung kommt ihrer Verantwortung für die Rudower einfach nicht nach. Ganz im Gegenteil, so beschloss neuerdings die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sogar die Stilllegung der Förderbrunnen im Rudower Blumviertel. Das ist nicht nur Stillstand, sondern Rückschritt. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sieht hier der Beschädigung von Bausubstanz und Eigentum einfach zu. Das geht überhaupt nicht. Ich fordere zum Schutz des Eigentums, die Fortsetzung der betrieblichen Erlaubnis für die Förderbrunnen und ein nachhaltiges Konzept zur Schaffung siedlungsverträglicher Grundwasserstände. Beteiligen Sie sich daher an der Unterschriftenaktion. Entsprechende Unterschriftslisten liegen in mehreren Geschäften in Alt-Rudow und im Bürgerbüro des Rudower Abgeordneten in der Straße Alt-Rudow Nummer 59 aus. Zeigen Sie dem Senat, dass er endlich handeln muss. Ihr Rudower Abgeordneter Christian Hausmann Schaffungskraut Kommt von Blumviertel, kann man nachher Pepin sein. Schaffungskraut